Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute widmen wir uns einer britischen Nischenmarke, die sich das Thema Rauch auf die Fahne geschrieben hat. Und wenn euch das interessiert und euch nicht abschreckt, dann bleibt dran, nach dem Intro geht es weiter. Ja, auch auf dem Weg nochmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin und hier dreht sich alles um das Thema Parfüm. Und wie ihr vor dem Intro gehört habt, wird es heute wieder raurig. Man kann im Grunde genommen, also wenn ich jetzt etwas mehr Geschick beim Thema Videoanimation hätte, würde ich hier im Hintergrund irgendwelche Rauchschwaden durch die Luft fliegen lassen. Denn es wird heute sehr, sehr raurig. Wir nehmen uns heute drei Düfte der englischen Marke Beaufort London vor. Das ist eine ziemlich interessante Marke. Und umso enttäuschender bzw. umso trauriger macht es mich, dass es da im deutschsprachigen YouTube-Parfümbereich eigentlich so gar keine Videos gibt. Dass es da so gar keine Berichterstattung bzw. dass es da so gar keine Rezensionen zu den Düften der Marke gibt. Denn die ist zwar, würde ich schon eher im äußeren Bereich der Nische ansiedeln, aber es sind trotzdem sehr, sehr interessante Düfte, die sich, wie man es in der Nische sich erhofft, natürlich von den ganz, ganz typischen Designer-Düften relativ stark abgrenzen und schon wirklich etwas Besonderes darstellen. Und deswegen schauen wir uns heute drei Düfte der Marke Beaufort an. Den Anfang macht, als erstes machen wir so, wir reden mal ganz kurz über die Marke selber, wann die entstanden ist. Und dann schauen wir uns die drei Düfte mal an. Ja, die Marke Beaufort London ist 2015 gegründet worden. Und das Interessante ist, hinter der Marke steht Leo Crabtree. Und Leo Crabtree kennen vielleicht die einen oder anderen als Schlagzeuger von der Band The Prodigy. Und der hat diese Marke Beaufort London ins Leben gerufen, weil er sich selber für Parfüms interessiert. Und die vertreiben, soweit ich das verstanden habe, beziehungsweise die vertreiben nicht nur, die kreieren auch ihre eigenen Spirituosen. Das heißt, die verkaufen auch ihren eigenen Alkohol und haben dann als zweites Standbein sich auch noch diese Marke Beaufort London für die Düfte gegründet. Und 2015, wie gesagt, sind die ersten Düfte erschienen. Wir schauen uns jetzt als erstes mal den für mich persönlich noch zugänglichsten Duft der dreien an. Und zwar ist das der Fathomie. Ja, ich habe leider von den ganzen Düften hier heute keine Flakons. Die habe ich alle nur als Abfüllung da. Ja, vielleicht wird in der Zukunft irgendwann mal der eine oder andere Duft bei mir einziehen. Aber selbst ich als wirklich hartgesottener Nischen-Fan, muss ganz ehrlich sagen, die sind stellenweise schon sehr, sehr schwer zu tragen. Der Fathomie ist relativ einfach zu tragen. Ja, gucken uns mal ganz kurz an, was da Parfumo dazu sagt. Und zwar ist der Fathomie 2016 erschienen. Wird als grün-blumig bezeichnet. Das ist zwar theoretisch korrekt, aber wir kommen dann darauf nochmal zu sprechen. Die Parfümeure, das sind zwei Damen. Und zwar einmal die Julie Dunkley und zum anderen die Julie Marlowe. Ja, und die beiden Damen sind fast ausschließlich für die Beaufort Düfte zuständig. Das ist also relativ interessant. Ja, wir machen folgendes. Ich habe den Fathomie hier da. Habe den vorher schon mal aufgesprüht. Nein, das ist er nicht. Da haben wir ihn. Ja, und der Fathomie ist, Parfumo sagt, grün-blumig. Und das klingt jetzt im ersten Moment, wenn man sich diese Marke anguckt, die auch so von der gesamten Aufmachung ja schon ein bisschen aufs Extremere setzt. Also das sind immer viele, sehr, sehr viele Schwarz-Weiß-Fotos, die in so einem bestimmten, ja, leicht ins Goffig gehende, mit so einer leichten Goffig-Stil-Attitüde arbeiten. So ein bisschen so verlebte Bilder. Finde ich persönlich ganz interessant. Und der Fathomie, der ist tatsächlich wirklich der einfachste, beziehungsweise der tragbarste von den Düften, die ich jetzt hier habe. Weil der ist tatsächlich wirklich sehr, sehr grün. Der ist sehr, sehr blumig. Wir schauen uns mal zusammen die Duftnoten an, die ich euch jetzt hier auch mal einblende. Das sind relativ viele. Also ich lese jetzt nicht alle vor. Wir haben unter anderem in der Kopfnote zum Beispiel Wacholderbeere, schwarze Johannisbeere, grüne Noten, erdige Noten. In der Herznote dann Thymian, Lilie, Jasmin, Ylang-Ylang und so weiter. Und in der Basisnote Patchouli, Veteva, Eichenmoos, Salz, Weihrauch, Atlas, Cedar und Amber. Und was wir da merken, der hat so eine gewisse grundlegende Thematik, die in Richtung Aquatik geht. Aber jetzt muss man dazu sagen, das ist nicht die Aquatik, die man jetzt vielleicht von Düften wie Aquatik Profumo oder so kennt. Oder von Aquatik von den Bulgari-Düften, die ich persönlich eigentlich auch ganz gerne mag. Zum Beispiel den Aquamarine, den mag ich sehr gerne. Das ist eine komplett andere Richtung in dem Sinne. Denn wir haben hier eher so eine Aquatiknote, die wirklich ein bisschen an abgestandenes Blumenwasser erinnert. Und so würde ich euch wahrscheinlich den Duft am ehesten beschreiben. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr in einen Blumenladen reinkommt, dann hat das ja meistens einen relativ eigenen Geruch. Das riecht meistens schon floral, ganz klar. Aber das hat stellenweise auch so diesen leicht modrigen Geruch von abgestandenen Blumenwasser. Das heißt, wenn da wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn von den Blumen die Stängel abgeschnitten werden und die dann im Wasser liegen, und das über eine längere Zeit, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Also wir haben hier einen sehr, sehr floralen Duft, der, ich würde nicht unbedingt sagen, dass er ins Feminine driftet. Also der ist schon unisex, wobei ich den tendenziell schon wahrscheinlich eher an der Frau sehen würde. Und ja, der hat so eine gewisse leicht salzige Aquatik im Hintergrund, die wahrscheinlich durch das Salz kommt, was hier auch gelistet wird. Dann haben wir eben der Basisnote dann noch Wette war, Patchouli und Eichenmoos. Das heißt, der geht dann schon in eine sehr, sehr grüne Richtung, in eine sehr, sehr krautige Richtung, verliert aber nie so diesen, ja, so diesen leicht salzigen Grundcharakter. Und hat halt vor allem, muss man ganz klar sagen, durch die Lilie, die hier für mich persönlich absolut tonangebend ist, haben wir da einen sehr, sehr floral ausgeprägten Duft, der allerdings wirklich in einem ganz, 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 ganz engen Nischenkorsett steckt. Also ihr könnt euch den jetzt nicht als floralen, lieblichen Frauenduft vorstellen, sondern der hat schon, der hat auch schon eine gewisse Aggressivität in sich drin. Was ich ganz interessant finde, und da zeige ich euch nochmal einen Duft, mit dem ihr den vergleichen könnt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der Bleu Noir von der Marke Parfümerie Particulier. Und der geht in eine ähnliche Richtung. Das heißt, der arbeitet auch mit sehr, sehr, sehr floralen Noten. Da ist, glaube ich, auch die Lilie-Tonangebend. Und der hat auch so diesen Vibe, wie ich das bezeichnen würde, so diesen Vibe von, ja, von abgestandenem Blumenwasser, beziehungsweise wenn ihr in den Blumenladen reinkommt und euch erschlägt erstmal wirklich so dieser komplett florale Aspekt. Ihr riecht überall verschiedene Blumen, ihr riecht überall verschiedene Noten. und so müsst ihr euch das bei dem FFMV auch vorstellen. Also das ist, wenn ihr für aquatische Düfte, beziehungsweise wenn ihr bei aquatischen Düften nicht komplett abgeneigt seid und auch sagt, wenn die so ein bisschen ins Florale driften, dann finde ich das ganz interessant. Dann schaut euch wirklich mal den FFMV an. Der hat nämlich so gut wie gar keinen Rauch in sich. Die Marke Beaufort ist eigentlich sonst wirklich bekannt für sehr, sehr raurige Düfte. Der FFMV, so wie ich das persönlich empfinde, hat so gut wie gar keinen Rauch in sich drinne, ist aber dadurch ein Duft, der sehr, sehr grün und sehr, sehr floral ist und der auch, wie gesagt, mit so einer gewissen Aquatik arbeitet. Ihr dürft euch das allerdings, wie gesagt, wirklich nicht so durch diese klassischen generischen aquatischen Düfte, die mit viel Kalone und so arbeiten. So in diese Richtung geht der nicht. Der ist schon sehr, sehr eigen. Haltbarkeit ist bei den ganzen Beaufort-Düften überhaupt gar kein Problem. Die ist sogar ziemlich gut. Da komme ich zum Ende dann, wenn ich mit den drei Düften durch bin, nochmal dazu und auch zum Preis. Und wir schauen uns jetzt mal den nächsten an, den ich hier auch als Abfüllung habe. Und das ist der Viet Amis. Der Viet Amis, gucken wir uns mal an. Die Informationen zum Duft, die Parfümeure dürften wieder die gleichen sein. Nein, genau, das sind wieder Julie Dunkley und Julie Marlowe. Der ist 2015 erschienen. Parfumo sagt, der ist rauchig-würzig und das ist er wirklich. Und das Interessante bei dem Viet Amis ist, der hieß vorher, er hatte vorher einen anderen Namen, und zwar hieß der vorher East India. Und Leute, die sich ein bisschen mit Geschichte auskennen, wissen, East India ist bzw. war eine Handelsgesellschaft von Großbritannien, die gegründet wurde, um mit Indien ja mehr oder weniger Waren auszutauschen bzw. Waren zu handeln. Dann hat man unter anderem natürlich Tee ausgetauscht, importiert und exportiert. Man hat Alkohol exportiert und importiert und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass diese Duftnoten, die jetzt in den Viet Amis drin sind, dass die auch die Duftnoten sind bzw. die Noten sind, die man da früher, und das war so um 1700 rum, die man da auf den Schiffen exportiert bzw. importiert hat. Wir schauen uns mal die Duftpyramide an, die ich euch jetzt ganz kurz einblende. Da haben wir in der Kopfnote schwarzen Pfeffer, wir haben Kardamom und wir haben Tee. In der Herznote haben wir Weihrauch, Opium, das ist in dem Fall dann ein Opium-Akkord natürlich, und Whisky, in dem Fall auch ein Akkord. Und dann haben wir in der Basisnote Birke, da kommt der Rauch her, neben dem Weihrauch natürlich. Wir haben Oud und wir haben Tabak. Und ich habe den hier auf dem Teststreifen drauf, den habe ich ungefähr eine halbe Stunde vor dem Video aufgesprüht. Und der ist absolut faszinierend. Und das ist wahrscheinlich der Duft, den ich bisher von Beaufort kenne, den ich persönlich am meisten mag, weil der absolut vielschichtig ist. Also das ist unglaublich. Ihr müsst euch das so vorstellen, der ist im ersten Moment sehr, sehr pfeffrig. Also der ist wirklich sehr, sehr pfefferlastig. Und das ist nicht so diese Art von Pfeffer, die man so ein bisschen in Düften hat, wo man dann sagt, ah, der hat eine gewisse Würze. Der knallt euch das Pfeffer wirklich beim ersten Sprüher direkt um die Nase. Also der ist wirklich sehr, sehr würzig, sehr, sehr scharf im Opening. Da merkt ihr wirklich den Pfeffer. Der ist stellenweise so stark, dass es stellenweise wirklich in der Nase kribbeln kann. Und dann habt ihr gleich den Rauch. Ihr habt gleich volle Breitseite Rauch. Und das ist das, was ich persönlich bei den Beaufort Düften so spannend und auch so interessant finde. Die setzen den Rauch jetzt nicht als Akzent ein, um ein paar andere Noten zu unterstützen. Die geben euch erst mal eine volle Dröhnung Rauch. Deswegen werde ich das Video wahrscheinlich auch Rauchbomben aus London nennen, weil dafür ist die Marke wirklich bekannt, für sehr, sehr rauchige Düfte. Jetzt kann man sagen, ich liebe rauchige Düfte, wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt mittlerweile auch den Tyrannosaurus Rex als Flakon hier. Ist ein absolut geiler Duft, wenn ihr mich fragt. Ein richtig, richtig, richtig schöner, rauchiger Duft, der, wie ich das sehe, absolut tragbar ist. Da gehen die Meinungen allerdings ein bisschen auseinander und das ist natürlich auch spannend. Also der, es gibt auch Leute, die sagen, der ist für mich überhaupt nicht tragbar durch diese metallische Note, die ich persönlich gar nicht so stark wahrnehme. Aber wie gesagt, wer rauchige Noten zum Beispiel, wie im Tyrannosaurus Rex von Soalegist mag, der sollte sich die Marke Beaufort wirklich mal auf den Zahn legen. Und beim Viet Armies ist das Spannende. Ich sage, wir haben hier im Opening diesen sehr, sehr starken Pfeffer. Wir haben diesen Rauch, der im Grunde genommen erst mal den kompletten Duft überdeckt beziehungsweise wirklich wie in so einem Rauchvorhang hüllt. Und dann kommt aber was ganz Spannendes hervor. Dann kommt aber was ganz Spannendes hervor. Und das ist der Tee. Der kommt ganz weit im Hintergrund. Und das ist, ich will da wirklich jetzt nicht irgendwie wie ein Duftsnob klingen. Denn es liegt mir ehrlich gesagt wirklich nichts ferner, als mich hier als den absoluten Duftchecker darzustellen, der von Düften die komplette Ahnung hat und der alles weiß. Ich sage euch aber so, wie es ist, der ist schwierig. Das heißt, das ist ein Duft und das klingt dann immer so leicht erhaben oder so leicht elitär und dafür muss man eine geschulte Nase haben. Aber das ist wahrscheinlich wirklich kein Duft, den ihr euch zulegen solltet oder den ihr testen solltet, wenn ihr mit Düften anfangt. Der wird eure Nase überfordern. Ihr werdet da Schwierigkeiten haben, die einzelnen Schichten, aus denen so ein Duft besteht. Und das finde ich ja immer das Interessante an Düften. Es wird euch schwerfallen, da diese Schichten ein bisschen auseinanderzunehmen und so ein bisschen durch den starken Rauch da durchzugucken. Ich persönlich kann hier durch diesen Rauch eine sehr, sehr angenehme Tee-Note riechen. Wenn ich das jetzt überspitzt sagen würde, wie ich euch diese Tee-Note beschreiben sollte, dann geht das für mich persönlich eher in Richtung von einem Zitronentee. Also relativ zidrig, aber jetzt nicht sehr frisch, sondern, ja, das klingt blöd, aber wenn ihr euch einen Zitronen, ihr stellt euch jetzt am besten mal einen Zitroneneistee vor, und in diese Richtung geht das allerdings nicht auf so eine sehr, sehr synthetische Art und Weise, sondern auf eine sehr, sehr natürliche Art und Weise. Also wie gesagt, ihr könnt euch natürlich auch einen ganz normalen Zitronen-Tee vorstellen. Und der liegt hier so ein bisschen unter diesem Rauch. Und das ist eine so interessante Note, beziehungsweise eine so interessante Art und Weise, einen Duft aufzubauen. Also im Grunde genommen so diese Zutaten, die erst im Verlauf, wie gesagt, der ist jetzt ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Teststreifen, da entwickelt sich der Duft. Und das ist halt ein Duft, der nicht komplett linear ist, beziehungsweise der ist überhaupt nicht linear, der entwickelt sich sehr, sehr stark. Wie gesagt, ihr habt im Opening Pfeffer, Rauch, erst mal sonst nichts, das überdeckt komplett alles. Ihr kriegt vielleicht durch den Karnamom noch so eine gewisse Würze, die den Pfeffer unterstützt. Und dann bekommt ihr aber erst mal nichts. Und dann im Verlauf, wenn sich diese Noten, also vor allem, wenn sich diese Rauchnote ein kleines bisschen zurückzieht, und das wird in dem Fall, ja, eine Mischung aus dem Weihrauch und aus der Birke sein, denn die Birke wird in fast allen Düften, beziehungsweise in vielen Düften von der Marke Boffert eingesetzt, um diesen Rauch zu erzeugen. Und wenn der sich ein bisschen zurückzieht, habt ihr diese T-Note. Und das ist halt in dem Sinne relativ geschickt gemacht, weil, wie gesagt, der Name hieß vorher, beziehungsweise der Duft hieß vorher East India. Und diese Handelsgesellschaft hat vor allem Tee gehandelt. Und deswegen finde ich das persönlich ein relativ geschickter, es ist ein relativ geschickter Schachzug, auch von den beiden Parfümeuren wunderbar umgesetzt. Also ich glaube, da hätten sich andere Parfümeure dran schwieriger getan, sowas umzusetzen. Wir gucken jetzt noch mal drauf, was uns die restlichen Duftnoten sagen. Wie gesagt, wir haben hier Opium und Whisky. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der gar nicht eine so sehr starke Whisky-Note hat. Ich habe den jetzt nicht auf der Haut, weil ich heute was anderes trage, aber ich habe den auch schon auf der Haut getragen. Bei mir kommt dieser Whisky erst relativ spät zum Vorschein, wenn überhaupt. Das ist dann eher sowas, ich würde sogar fast sagen, dass der Whisky hier weniger als eigentliche alkoholische Akkord in dem Duft ist, sondern dass er den restlichen Zutaten ganz, ganz kleines bisschen Süße schenkt. Das ist jetzt keine Süße wie aus einem Paco Rabanne Phantom oder so oder aus einem Jean-Paul Gaultier dieser neue Skandal, der wirklich skandalös ist. Aber da möchte ich jetzt ehrlich gesagt an der Stelle auch überhaupt nicht drauf eingehen. Wir haben dann in der Basisnote noch Oud und Tabak und den Tabak rieche ich tatsächlich wirklich auch ein bisschen raus. Manchmal ist es für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal ist es für mich schwierig, eine T-Note von einem trockenen Tabakblatt zu unterscheiden, weil die für mich so in der olfaktorischen Ausrichtung manchmal in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich finde zum Beispiel schwarzer Tee, so eine schwarze T-Note, wenn ich die jetzt mit einem trockenen Tabakblatt rieche, dann tue ich mich da manchmal schwer, das auseinander zu halten. Ich bin der Meinung, dass dieser Tabak hier, in dem Fall vom Viet Army, sich so ein bisschen mit dem Tee verbindet. Und von Oud, wenn ich ganz ehrlich bin, rieche ich hier nicht sehr viel raus. Das macht mir aber ehrlich gesagt auch nichts aus. Also weil der ist, der Duft ist meiner Meinung nach konzeptionell ein absolutes Meisterwerk, weil diese Idee, wir machen einen Duft, der so riecht, wie das Handelsschiff von der East India Company aus den Jahren 1700, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was dann dabei rumkommt, man kann sich halt wirklich vorstellen, dass die Tee gehandelt haben, dass die andere Gewürze gehandelt haben und dass es dann vielleicht irgendwann mal auf hoher See zu einem Feuergefecht kam und dass da vielleicht auch Kanonen abgeschossen wurden und dass da vielleicht auch ein Schiff gebrannt hat. Und da kommt dann halt dieser Rauch her. Wie gesagt, das ist ein rauchiger Duft, aber das ist kein rauchiger Duft, der euch den kompletten Tag in Rauch hüllt. Der nimmt sich zum Ende hin ein bisschen zurück. Wie gesagt, dann wird der Rauch mehr oder weniger ein bisschen zur Seite geschoben und dann habt ihr einen Blick auf die restlichen Inhaltsstoffe. Und wie gesagt, wer Tee-Düfte mag und wer vor sehr, sehr extremen Düften, weil das ist schon ein relativ extremer Duft, wer vor extremen Düften nicht zurück scheut, der sollte sich den Vietnamese mal definitiv mal anschauen. Ich finde gerade durch diese Tee-Note, die so leicht zittrig ist und durch diesen Tabak und durch diese ganz, ganz leichte Süße von dem Whisky, ist das ein Duft, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so noch nicht oft gerochen. Den finde ich wirklich überragend. Und wir gucken uns jetzt zum letzten, als letzten Duft aus diesen Dreien mal den Tonner an. Und der Tonner ist nichts für schwache Nerven. Wir machen folgendes, ich habe hier von dem Tonner tatsächlich wirklich nur eine ganz, ganz kleine Abfüllung in so einem kleinen Fässchen. Und den mache ich mir jetzt hier nochmal frisch drauf und ich rieche für euch auch nochmal drauf. Und oh mein Gott, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Wir tunken hier mal das Streifen ein und dann haben wir den hier drauf. Und dann lese ich euch, während der hier nochmal ganz kurz trocknet, oh mein Gott, lese ich euch nochmal die Information zu dem Tonner vor. Der heißt nämlich eigentlich 1805 Tonner. Ist 2015 erschienen, also im Erscheinungsjahr von Beaufort. Wird als rauchig-holzig bezeichnet. Jawohl. Ist in dem Fall wieder von den beiden Parfümieren, Julie Dunkley und Julie Marlowe. Und wir schauen mal auf die Duftnoten. Wir haben in der Kopfnote Schießpulver, Limette und Rauch. Wir haben in der Herznote Blut, Brandy, Gicht und in der Basisnote Amber, Zedernholz und Tannenbalsam. Und der ist von der Zusammensetzung, riecht der erst mal relativ anstrengend. Und der ist auch anstrengend. Das ist, das ist ein Duft, der wirklich sehr, sehr rauchig ist. Und ich muss euch jetzt hier nochmal diese Art von Rauchigkeit beschreiben, weil es gibt ja mehrere Richtungen von Rauch in Düften. Es gibt diese klassischen Weihrauchdüfte, von denen ich persönlich noch nicht mal so der größte Fan bin. Weil ich mit Weihrauch halt immer Kirche verbinde und mir diese Weihrauchdüfte manchmal sogar zu sehr ins Süße driften. Also der hier definitiv nicht. Und dann gibt es ja diese Art von Rauch, die so an kalten, die so an Zigarettenqualm erinnert, beziehungsweise an kalte, an den kalten Aschenbecher. In die Richtung geht das auch nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr schon mal in einer Fleischerei wart und ihr schon mal in einer Räucherkammer wart, wo Schinken zum Beispiel geräuchert werden oder wenn Fisch geräuchert wird. Gibt es ja auch, es gibt ja so kleine Fischkammern, wo Fisch geräuchert wird. Dann müsst ihr euch das ungefähr so vorstellen. Also das ist kein kalter Aschenbecherrauch. Das ist kein Weihrauch. Das geht eher so in die Richtung Räucherrauch. Irgendjemand hat mal auf Parfumo geschrieben, das riecht wie ein Schinkenbrot. Und das ist überspitzt. Und der Duft riecht natürlich nicht nur nach Schinkenbrot. Allerdings ist diese Bezeichnung, wenn man den Duft mal jemandem vorstellen will, der mit raurigen Duften so gar keine Erfahrung hat, ist das vielleicht eine gar nicht so schlechte Assoziation. Also ihr müsst euch das schon so vorstellen, dass das in die Richtung von einem Barbecue geht, wo wirklich Fleisch auf dem Smoker liegt und ihr kriegt diesen Smoker-Geruch. Beziehungsweise ihr nehmt diesen Smoker-Geruch wahr. Und dann haben wir, und wirklich, das klingt absolut blöd, aber ich tue mich bei dem Tournaire wirklich sehr, sehr schwer, euch den Duft zu beschreiben, weil der besteht für mich die erste halbe Stunde oder die erste Stunde wirklich nur aus Rauch. nur aus diesem sehr, sehr beißenden Räucherrauch. Deswegen finde ich persönlich den Tournaire auch, ich will nicht sagen, dass er untragbar ist, aber im Grunde genommen will ich schon sagen, dass er untragbar ist. Ich kann mir den Tournaire an mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, weil der mir so gar kein gutes Gefühl gibt. Und das ist ein Duft, der finde ich sehr, sehr schwer riecht, der sehr, sehr schwarz riecht. Also das ist wirklich, wenn ich persönlich einen Duft kreieren müsste, der so das Gefühl von Dunkelheit beziehungsweise von absoluter Schwärze darstellen soll, dann würde der in diese Richtung von dem Tournaire gehen. Wir gucken nochmal ganz kurz zusammen auf die Noten, ob ich euch da irgendwas noch, ob ich da noch irgendwas rieche, wo ich zumindest sagen kann, ja, merke ich, ob ich gesagt habe, ich rieche fast nur Rauch. Limette, das stimmt, der hat so eine ähnliche, leicht zidrische Note im Hintergrund, aber die ist wirklich verdeckt von dem Rauch. So ein bisschen wie der Vietar Mies, aber der hat sie noch viel, viel mehr im Vordergrund. Also da riecht man sie viel, viel leichter und auch viel, viel deutlicher raus. Schießpulver, ja, es ist natürlich dann immer die Frage, riecht man jetzt hier das Schießpulver, riecht man den Rauch, wir haben dann noch Brandy, wir haben einen Blutakkord. Bei dem Blutakkord kann ich vielleicht sogar wirklich ein bisschen zustimmen, weil der Tournaire kriegt ab einer gewissen Zeit so etwas leicht Metallisches. Und ich glaube, so ein ähnlicher Akkord soll auch im Tyrannosaurus Rex drin sein, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, ich rieche beim Tyrannosaurus Rex auch etwas Metallisches raus, das geht aber für mich eher so in diese Richtung Vigvaporub. So sehe ich das persönlich. Das riecht für mich eher so wie eine Medizin. Aber der hat im Hintergrund schon so etwas leicht Metallisches und vielleicht ist das dieser Blutakkord. So, dann haben wir wie gesagt noch Brandy, rieche ich persönlich fast gar nicht raus. Wir haben in der Basisnote Amber, Zedernholz und Tannenbalsam. Und das Tannenbalsam wird natürlich auch hier ordentlich für Rauch sorgen. Wir haben dann noch in der Herznote einen Akkord für die Gicht. Rieche ich persönlich wirklich nicht raus. Also der Tonner macht es mir wirklich schwer. Da passt das Wortspiel vielleicht auch ganz gut. Das ist ein Duft. Also ich sage mal, wenn ihr im Genre Rauch schon alles gerochen habt und da absolut abgehärtet seid, dann ist das vielleicht für euch hier so etwas wie die Endstufe. Weil der riecht halt wirklich stellenweise wie eine Räucherkammer. Und es ist schade, weil ich wirklich dieser Marke eigentlich sehr positiv gestimmt bin. Ich finde den Faven V das ist ein interessanter Konzeptduft. Das sind ja letztendlich alles Konzeptdufte bei Boford. Am besten gefällt mir wirklich der Viet Army, weil der einfach wirklich durch diese T-Note so etwas Interessantes hat. Aber dass diese T-Note vom Rauch so verdeckt ist, finde ich konzeptionell absolutes Meisterwerk. Und dann haben wir wie gesagt den Turnier, der wirklich die absolute Endstufe Rauch ist. Also der ist schon wirklich eine Rauchbombe. Und da müsst ihr auch wirklich auf diese Art von Rauch stehen, auf diesen Rauch, der so ein bisschen in Richtung Räucherkammer geht. Wenn euch das gefällt, dann schaut euch mal den Turnier an. Wie gesagt, mich hat der ich finde den nicht sehr tragbar. der kriegt jetzt ein bisschen so diese so eine Brandy-Note kann ich vielleicht wirklich so eine leicht alkoholische Note kann ich schon wahrnehmen. Und wie gesagt, dieser Blutakkord ist wahrscheinlich dieses leicht metallische. Aber den könnte ich persönlich wirklich nicht tragen. Und ich trage Düfte, die sind schon für die meisten relativ extrem. Also der Lone Star Memories ist ja auch ein rauriger Duft. den ich sag mal dagegen ist der Lone Star Memories ein absoluter Designer Duft der absolut gefällig ist. Um zum Preis zu kommen die Bufordüfte gibt es jeweils immer nur in 50ml Flakons. Ich hatte hier den Pfeffer wie schon mal da die sind wirklich sehr sehr solide verarbeitet kommen in einer schönen Verpackung und die liegen preislich bei 50ml für 130 Euro. Die kriegt ihr hier in Deutschland unter anderem bei Essenza Nobile oder bei Aus Liebe zum Duft. Bei Beauty Now in der Niederlande gibt es die im Schnitt 15 Euro billiger. Da kriegt ihr die glaube ich für 115 Euro. Manchmal haben die auch Aktionen. Ich glaube ich hatte damals meinen PfeffmV sogar für unter 100 Euro gekauft. Und dann seid ihr so im Nischenbereich bei 2 Euro pro Milliliter. Das muss man im Grunde genommen eigentlich in Kauf nehmen wenn man sich im Nischenbereich befindet. Deswegen das ist meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. die Preise sind toll die Haltbarkeit ist toll also der Tonner hält so seine 12-14 Stunden der Viet Amis so wie ich das wahrgenommen habe hält auch seine 10 Stunden da gibt es gar keine Probleme und der PfeffmV liegt da im selben Bereich also die könnt ihr auf jeden Fall wenn ihr die 2-3 Mal sprüht habt ihr in der Regel meistens ein zweistelliges Dufterlebnis also meistens an die 10 Stunden mindestens deswegen ich hoffe ich konnte euch die Marke ein bisschen näher bringen wenn ihr euch für raurige Düfte im extrem nischen Bereich interessiert dann schaut euch die Marke wirklich mal an die hat sehr sehr interessante Düfte im Portfolio die selbst für mich als jemanden der gedacht hat dass er sich mit raurigen Düften sehr sehr einfach anfreunden kann haben die auch den einen oder anderen Duft der schon eine Herausforderung darstellt aber gerade das finde ich ehrlich gesagt auch so spannend und mich würde es interessieren ob ihr schon mal den Duft von der Marke gebrochen habt wenn ja welchen schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit also macht's gut